Hi bei MobileCheck. Wie ihr schon anhand von vergangenen Videos von mir gesehen habt, schaue ich hier wieder gerne in die Vergangenheit zurück. Das war bisher zum Beispiel das Google G1 Review oder Spezialvideo zu 30 Jahre Game Boy. Und dieses Mal ist dran ein Vergleich und zwar zwischen Samsung Galaxy S10 Plus und Samsung Galaxy S1. Was hat sich in diesen 10 Genauten getan? Das finden wir jetzt heraus, also los geht's. Das sind sie also, die erste und die letzte Generation einer der wichtigsten Smartphone Marken, die wir kennen. Die der Galaxy S Reihe. 2010 sah die Smartphone Welt noch etwas anders aus. Damals konnte man noch Kunststoffgehäuse mit mäßigem Design auf den Markt bringen und keiner hat es als Kritikpunkt angesehen. Heute sieht das, wie gesagt, etwas anders aus. Das S10 Plus besteht aus Glas und Aluminium, zwei hochwertigen Materialien, die zwar nicht nur positive Eigenschaften haben, aber wesentlich wertiger aussehen und sich vor allem deutlich wertiger anfühlen. Mit einem Kunststoffgehäuse traut sich heute kein Hersteller mehr, ein Flaggschiffsmartphone zu veröffentlichen. Auf der optischen Seite hat sich daneben das Thema Display natürlich gravierend verändert. Damals galt das 4 Zoll AMOLED Display noch als groß und konnte in jedem Test begeistern. Das S10 Plus spiegelt ganz gut die aktuelle Standardgröße wieder und das sind 6,4 Zoll. Kein Vergleich zu damals. Mit einem solchen Display wäre man früher in S1 Zeiten für verrückt erklärt worden. Und auch die Qualität hat sich geändert. Samsung war damals, wie auch heute, Vorreiter in Sachen Displays. Schon 2010 haben sie AMOLED Displays verbaut, die die Spitze der Entwicklung zu der jeweiligen Zeit darstellen. Damals war aber die Auflösung mit 800x480 und einer Pixeldichte von 233 Pixeln pro Zoll ein Witz gegen die Auflösung der Anzeige des S10 Plus. Hier haben wir eine Auflösung von 3040x1440. Eine dadurch erreichte Pixeldichte von 522 Pixeln pro Zoll. Dies macht den Unterschied zwischen Pixelzählerei und einem Bild, das so scharf ist, dass man nicht erkennen kann, ob es überhaupt noch aus Pixeln besteht. Auch der Antrieb dieser Bildschirme hat sich selbstverständlich enorm weiterentwickelt. Das Galaxy S1 konnte noch mit einem Prozessor mit einem Kern und einem Gigahertz punkten und war für damalige Verhältnisse unglaublich schnell. Heute schlug mal ein Prozessor im Galaxy S10 Plus, der 8 Kerne besitzt, von denen 2 mit ca. 2,7 Gigahertz, 2 mit ca. 2,3 Gigahertz und weitere 4 mit jeweils etwa 2 Gigahertz getaktet sind. Und damals wurde die Recheneinheit noch von 512 Megabyte Arbeitsspeicher unterstützt. Heute kann man ganze 12 Gigabyte, also das 24-fache mit sich herumtragen. Und wer sich und seine Umwelt auf einem Foto oder Video festhalten wollte, war im Vergleich zu heute wirklich sehr limitiert. Das S1 besitzt insgesamt 2 Kamerasensoren, wovon einer auf der Vorder- und einer auf der Rückseite untergebracht ist. Das S10 Plus dagegen schießt aus allen Rohren und hat 3 Kameras mit unterschiedlichen Brennweiten alleine auf der Rückseite und selbst vorne kann man 2 finden. Die Kamera des ersten Galaxy S Modells konnte mit der rückseitigen Linse Fotos mit 5 Megapixeln und Videos mit 720p als der kleinen HD Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Das aktuelle Galaxy S Flaggschiff ist da etwas komplexer. Die Kamera mit üblicher Brennweite macht Fotos mit 12 Megapixeln und filmt Videos in Ultra HD und 60 Bildern pro Sekunde. Eine weitere Kamera besitzt einen Ultraweitwinkel, 16 Megapixel und kann Videos in Ultra HD und 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Nochmals eine andere Kamera hat die doppelte Brennweite der Hauptkamera, 12 Megapixel und konserviert Videoaufnahmen mit einer Auflösung von Ultra HD und ebenfalls 30 Bildern pro Sekunde. Nicht nur, dass man heute in einer vielmals besseren Qualität seine schönsten Momente speichern kann, hat man zusätzlich noch den Zugriff auf 3 unterschiedliche Brennweiten, um den schönsten Moment nicht nur festhalten zu können, sondern ihn auch perfekt in Szene zu setzen. Die Frontkamera ist in Sachen Qualität ebenfalls kaum vergleichbar. Ich glaube hier genügt einfach ein Fotovergleich und die Sache ist klar. In Sachen Zahlen sei nur gesagt, damals übliche 0,3 Megapixel und die Freude überhaupt ein Selfie machen zu können. Heute 10 Megapixel plus ein Sensor zur Tiefenerfassung. Und als wäre das nicht schon genug, ist das S10 Plus auch noch wasserdicht, was sogar Fotos und Videos unterhalb der Wasseroberfläche erlaubt. Nun das nächste große Thema und das ist der Akku. Das Galaxy S1 musste sich mit 1500mAh genügen, wohingegen das Galaxy S10 Plus stolze 4100mAh zur Verfügung hat. Nun aber das eigentlich Beeindruckende, denn die damit erreichbaren Laufzeiten waren damals ähnlich wie die heute. Bei der Software hingegen hat sich da dann doch schon etwas mehr getan. Das würde aber zu sehr ins Detail gehen und zu lange dauern. Auf jeden Fall sieht meiner Nutzeroberfläche das Alter an und nur um ein kleines Beispiel zu geben, beim Galaxy S1 war es nicht mal möglich einen App-Ordner anzulegen. Das war es dann schon mit meinem Vergleich und jetzt noch meine Frage an euch. Was ist eure Meinung, wie sieht das Ganze in wiederum 10 Generationen aus? Könnt ihr euch einfach vorstellen, wie ein Samsung Galaxy S20 aussehen wird? Was sich verändern wird? Schaut es gerne in die Kommentare, ich würde das gerne wissen von euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin war ein Mobile Check und Tschüss. 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 Tschüss.